Was sagst du? Alex Support im Viertel? Halt die Fresse, ich spiel AD Carry Lux! Viertel Support um! Also wieder Episches hier Jonas und Alex Botlane Jonas, Jonas, Jonas ich liebe dich Jonas jetzt öfters mal ins Haus am Tisch macht Und damit dann sagen seine Eltern, er soll seinen Bull halten, Aber er macht dann Eh PG I Jonas Was dann noch,ança? Hahaha Die Kalkscheitin finden Supportgun. Was nehme ich mit WoliDjungle für Dinger mit? Der Hustenfaskalfrag, der ist Experte. Ah Flash. Du dummer Hurensohn, Alter, ohne wer. Vollig spinster Olivier! Jee! Heilige Scheiße! Gut, gut, dass ich schon Aufnahme angemacht hab. Äh, also, jetzt nochmal offiziell. Warum bin ich kein Server-Admin? Weiß ich nicht! Du kriegst aber ne schöne Kupfe zugeteilt, warte! Nein, was? Mach keine Crap-Gruppen, bitte! Doch, eine, die ist für Jonas bestimmt! Warte mal! Gibt's dann Schwuppen? Ja, es gibt eine weibliche Bilde. Also, Alex spielt Fit and Stick Support, dann wieder der Shen, äh, der Shen, also der Chris geht in die Runde Top. Dann Basti spielt Mitte, ich spiel Jungle und dann Jonas A, D, Carry Lux. Jonas, gib dir mein TS-Bild! Jonas, du bist ein Bild! Oh, E-Mail! Halt, Jonas! Nils! 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 Gibt mir wenigstens irgendeine gescheite Gruppe, aber nicht Gruppe Nils! Nils! Warte mal! Ich hätte noch mal ne Gruppe, die schwuchtel, aber ich glaub, die haben wiedergelöscht. Näh, mach irgendwas für den Teil, aber nicht irgendwie sowas behindertes! Nils! Ja, warte mal! Jetzt mach keinen Stress! Ich guck jetzt immer, ob es noch was schönes gibt! Okay, cool! Ähm... Ähm... Malified Jungle! Ja, ne, gibts nicht! Aber warte, ich kann... Gruppe Deals! Wenn du willst, kann ich für dich, äh... Mach tighter Shit! Mach Gönnus Maximus als Gruppe, ja? Ich hab wenigstens Style und das ist was... Ah, das ist was Spezielles! Was Herzhaftes! Der Klassiker! Aber, du Übel, du Übel! warte mal guck mal auf leu nexus schauen so haben sie gesagt so ein game laden lassen ist das eben noch eine oder wie chris hast du eben noch eine oder wie nein ich hab ein video angeschaut chris hat noch eine geraucht ähm lorans blade, board und ding warum müssen sie so lange mein bildschirm nö Alex ich war erster nö das kannst du ja abschwingen was denn bitte jetzt Adelus und BAUN BATZEBUG oh weil du küsst du musst carry'n den hab ich noch in der Hähne NEIN NICHT KAYLY NEIN Alter die würde ich so wegkicken NEIN 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 die gold äh die Wayne ist gold 2 die Wayne ist gold 2 hat 1200 bands NICHT KAYLY NICHT KAYLY NEIN NICHT KAYLY NICHT KAYLY NICHT KAYLY du hast tolle runen dabei und masteries akali gut gemacht alex da muss ich dir leider recht geben ich glaube ich habe aber wir haben ich hab ja so gedacht ja finland ungefähr die selbe sache wie akali mit seiner ult-color jumpen also mit seiner ult-color jumpen alex du hast du mit seiner ult-color jumpen die zeit wo er da steht ist ja gar nicht so lange wie man da hinlaufen würde das ist fast wie ein zweiter flash alter wie aber übel wurde mir gestern beigebracht als ich mal wieder ein rank gespielt habe in meiner diamond liga dann war die fiddl ult die fiddl ulti war so ob der ist jedes mal mit der scheiß ult ist er escaped ähm ich brauch sofort mit gank dann wenn du das gemacht hast wenn sie gehst äh ne ist nicht okay ich würde gerne nur nehmen 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 weil sonst bin ich ergeben kann dir ergeben oh mann halt die drollt nice moits nice hahaha das war mal wixer 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 oder approf wixer japan wir sprechen hippen kinder ein bisschen mehr gemüt die empfindig Warum hab ich denn nicht gekriegt? Die Toll, die Toll schon wieder! Holen wir sie uns! Bobrati! Huiiii! Huiiii! Quatsch! Ich muss vor Level 3 nach Hause, meinen Fress ist erbärmlich. Äh Alex, gehst du da mal bitte weg, du stirbst jetzt! Aua! Aua! Verpiss dich! Verpiss dich, hab mein Schild nicht! Immer! SS! Ich hab... Kein... Skill-Rap, du bist zu sterben! Nein, ich ne! So, Basti, jetzt könnte ich gleich gehen! Ja, dies kann SS, also... Das hat Bubble, Alter! Woah! Na gut, dann mach ich Kohlenz! Ja, haut die rein! Das boobl! Das boobl! Das boobl! Guck mal, der geht schon wieder, die Sau! WTF? Such Babysit! Oh mein Gott, such Babysit! Das boobl! Ey! Don't jack the creeps! Warte mal! Ey! Oh, 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 oh! Mach's den nicht! Ey, ich kann immer noch SS, ne? Also... Ah, ich carry Lux! Au! Das Bubble! Robby Bubble! 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 Die will mich töten! Eine Crow geht noch! Crow! Ich hör Crow! Oh Gott! Oh Gott! Tschüssi oder so! GAY! 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 Nein, nein, nein! Ge-Fick-Nami, du Fug und so! Das Bubble! Ich sterb! Scheiß, Jagler! Uuuuuh! Ja, ohne Scheiß, Alter! Der Zangler hat grad seinen dritten Gang-Portal! Und du kommst einfach nicht runter! Nee! 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 Das kann's nicht! Hall mal die Fresse! Nee, es rie! Scheiße! Ghosts! 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 Nein! Nein! Kerl! Nein, nein, nein! Der wollte sich holen! Also, ich hab gehirrt! Ich mach ein bisschen mehr Dimmk als du! Toll, Jonas! Ich hab gehirrt! Meine Ult macht Töns auf Dimmk! Warte mal ab, du Seidi! Oh, nicht verklassiert! Scheiß! Was laberst du eigentlich? Du bist dann auch Felix und danach alle! Immer! Meine Ult macht einfach nur Töns auf Dimmk! Hahahaha! Rudi-Dudi! Uff! Dimmk! Hahahaha! Aua, die will mich holen! Oh mein Gott! Was zum Teufel machst du da wieder? Was auf Dimmk? Nein, Geist! Zu wem hast du geredet? Ich hab dich gemeint! Ja, der Plan war, da mit Q hinzugehen, da mit D drüber! Ja, das ist meins! Du weh! Du weh! Du weh! Also ich mein damit, weil die da alle am Start waren, deshalb! Ja, ich wär anders recht nicht gekommen, gell? Weil mein Eher war auf Guldom! Komm, die killen wir, Alter! Nein! Ich wollte dich kritisieren, wo du warst, sondern dass dich zwei Leute gehandelt haben! Achso! Hast du den? Ja! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Alter! Die kennen dich so behindert jetzt, in Forms! Los! Die geht immer weg, wenn ich weggehe! Bitches! No jobs! Bitches! Holen wir uns! 2 Sekunden! 2 Sekunden! Yes! Ahhhh! Dead feeling! Bitches! Bitches be like! Everyone want the looks and fiddlesticks! Alle fiddlesticks! Alter! Alter! Der Alex verpiss dich mal, du hast doch 300 Scheiß Leben! Bist du mich nüt, ich bin Fiddle! Bitches! Bist du nüt, ich bin fiddl! Ich hab Ta-lot auf AP! Äh, SS ne! Verpiss dich jetzt! Niemals! Lass auf das ich kein AP-Aid oder gar nicht verstehe! Äh, wie wär's wenn du mal auf den Scheiß Tower draufläufst?! Nein! Aldo! 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 Aldo, was mach ich das? Ohan? Ohan! Alana! A-Beng! Achso du hast nen Gang Du stirbst Nee Habs dich gesehen Ich war eigentlich nur zum Spaß hier Ich... Könnt dir jetzt nen Schild geben Nächstes mal bitte Unnöchig Oh nee Ich war auch oben Wozu denn Joni Joni IGH? Verpiss mich mal Was machst du mal du ranziger Polak Oh mein Gott alter ist die schlecht Ja dreimal Doraz ist die neue OP-Taktik als ADC Ich meinte grad gar nicht die Wayne Ich meine die DINAMI DINAMI ist nämlich so ein richtiger Ja Weiter auch DINAMI DINAMI Alter ohne Scheiß Ich lauf ne gerade Strecke Die trifft mich nicht Treff mal nicht Treff mal nicht Okay Komme Yodas Oh mein Gott ist die behindert Ich hiel mal den Röntgen Ey benutz mal den DINAMI oder? Blue hat eben voll den Epileptischen gekriegt Blue Der Blue Der Blue Ja ich auch Oh Gott Gott BX Brati Ein Dingus Eins Auch mein Oh Alter Brater Wahrscheinlich Ähm Dings kommt Malfight kommt top wahrscheinlich Oh Ja ja Hauen Fünkeklein oder so Und Caddy ist SS aber die war tot Ja BX Brati BX Brati BX Brati BX Brati BX Brat BX Brat BX Brat BX Brat BX Brat W собственно Stuttumbija subtract BX Brat Verpiss dich da mal oder Das wir Van Bei Bio Agro? Soll ich mir den Creep da mit einer Ult holen? Au! Soll ich behindert? Ja, kann man so sagen. Die will mich holen, Jonas. Die holen wir uns, siehsau. Ich hätte mich so lacker easy legen können. Ah, fuck it. Willst du machen? Ah, scheiße. Wint? Boah, wie geil. Wie geil! Wie geil! Geil! Ciao, Kratten! Ähm, das ist, das ist, ne? Oh Gott. Lass mal weggehen. Nee, nee. Ist doch schon wieder da. Äh, äh. Achtung, pass mal auf. Werfall kommt wahrscheinlich runter. OG, TX-Brate. Oh Gott. Holen wir jetzt. Gönnen wir jetzt erstmal einen BF-Bert. Holy fuck, Alter. Braucht mal als AD Carry Lux. Ja, das stimmt. Ja, ich mein. Es kann schon so ein Game entscheiden. Alex, wart mal auf mich, oder? Nee. Du bist viel zu fast. Ah. 5 Lauf schneller als ich. Haha. Ich holte gleich mal, das ist ein Flash. Ich holte gleich mal, um schneller auf die Lane zu kommen. Ey, ey, soll ich mich ins Gebüsch da irgendwo hier hinten stellen? Ins Gebüsch? Warte, ich hab ne Idee, Alter. Nee, das geht nicht, Alter. Nee, die hält nicht, Alter. Nee, die hält nicht, Alter. Ja, passt schon. Wenn die Farbs haben willst, mit den Farbs haben. Was, den willst du haben? Ja, start it. Nö. Nö. Nö, will ich nicht. Nö. Brauch ich nicht. Brauch ich gar nicht. Brauch ich gar nicht. Ich hab, ich hab Half-Life. Oh Gott. Soll ich's gebe Schulden? Okay. Hast du noch welche bekommen? Drei Stück. Do you Ivan lift? So mit dem Erbrechen ist die Behindertenkrebs. Was do you Ivan lift? SS, what's myde? Jonas, du hast meine Superstar-Saga schon ganz schlank durchgehalten. Äh, immer noch ist es. Also wieder ist es mal nicht. Also Jonas, ich klicke die Parts immer an wegen deiner Begrüßung. Und du sagst immer so, Superstar-Saga. 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 Erstmal den Tower ficken. Superstar-Saga. Ja, dann ficken wir die Nami. Geht ult. Hier holen wir uns. Oh Gott, Robby Bubble. Jonas, kommt doch mal was anderes auf deinem Kanal oder gibt's jetzt erst nur... Superstar-Saga. Ja. Hier ist Robby Le Bubble. Jonas, das war ne ernste Frage. Okay. Ja, klar kommt noch was, aber erst wenn ich ein paar andere Parts hab. Okay. Weil ich kann halt wegen Schule und so nicht so scheiße viel aufnehmen. Was, warum? Ich hab halt schon eigentlich ein bisschen verstutet. Hä, wieso kannst du nicht viel aufnehmen? Oh Gott, der Wahnsinn. Weil ich jetzt so viel am PC rumhock. Hä, was? Ich hab scheiße viel Nachmittagsschule und voll viel zu tun. Hä, was? Ich, ich bin auch Gymnasier. Ja, das aber auch gut. Renn aus meinem Schild rein, Alex. Renn aus meinem Schild rein. Ich flash mich! Ah! Manu. Oh, verpiss dich mal. Verpiss dich mal. Superstar-Saga! 2, 1. Ich könnte mal wieder Mitte ganken kommen. Könntest mal überhaupt... Ah, ist gleich... Ne, Bot ganken komm ich nicht, weil ihr sagt immer... Bitches! Bitches, what a rape! Ja, okay, ich komm Bot. Ok, ciao! Ich farm erst eine Runde, oder? Ok, ciao! Ich pushe erst die Mitte komplett durch, dann komm ich Bot. So sieht's aus. Ich hab vier Null. Als AD Carry Lux. AD Carry Lux, Kai. Wer heißt Kai? Wer heißt Kai? Wer heißt Kai? Du bist Kai, sagste? Oh Chris, ich hab gehört, du bist Top und gehst ne Runde ab. Ja. Also... Mit den Creep da hinten. Da muss schon ne Ult kommen. Ja, da hast du eigentlich recht, ja. Ja, ja. Also ich... Alex mach Ult, ich muss jetzt da sein. Hm? Alex weiß ich, ich hört mich auf die Nählen Ult. I spake the Creep. Waaah! 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 Wiii! Die wird gesnackt. Wer ist denn unser Jungler, brauchst den Blue, ja, oder? Ja, wir holen. Die holen wir Gigi, warte. Ja, witzig. Okay. 4, 3, 2, 1, 1. Ich muss gar nicht high mit Vodi. Äh, Felix kriege ich Blue? Hahaha! Ich bin AD Carry. Ja eben. Wurde eh gekauft, ne? Wurde, Jonas? Ich, 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 ich. Jonas, komm her. Halt's Maul, ich hab 2, 1. Das ist gebietet. Du stinkst. Komm, wir ficken den, Bastille. Jonas, komm her, willst du net Blue? Ja doch, ich komm. Basti, du sollst auf mich warten, Bitch. Ja, ich komm doch gleich. Jonas! Halt die Fresse, du Wichser. Basti, du sollst auf mich warten, Bitch. Ich soll grad ULs auf dich machen. Alter! Basti, lauf weg! Basti! 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 Oh, ich hab' noch ein mal Siss bekommen. Fiedl! Bildel! 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 Der Boss einfört. Fiedl! Video zu Ende geschaut. Hey, kommt mal bitte. Nein! Ich wollt extra zu zweit Biss machen! Ja, ich wusste, dass du es versuchst. Ich hab noch neue Institutionen bekommen, das reicht mir. Kaputt. Für was? Für Animes, ich bin so'n Typ abonniert, der so Anime-Infests macht. Ich hab 2-1-2. Jonas, ich spiele die E-Tage. Das paar Serien, die weitergeführt werden, die ich gern geguckt hab. Ich hab nix getroffen. Äh, fail. Och, Mann. Komm weiter. Nein! Stopp! Net! Jonas, scheiß nur... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Tschüss. Ha. Ja. Oh mein Gott, Alex, no help, no help. Das war auch ein gutes Zitat, du wirst den Dustin noch nicht vergessen. Die Sprache ist meine Lieblings-Internetsprache. Oh, stopp! Doch, weil wer Bot ist, glaube ich. Verri. Nee, Bot komm ich nicht, weil er ist fiedelt. Alter, jetzt kommt doch einfach Bot, der Tower soll nicht fallen. Halt mal die Fresse, du Miskibur, schau, wo ich bin. Ja, halt die Fresse, du kommst jetzt bitte tot. Nee, du hältst jetzt die Fresse. Nee, du hältst jetzt die Fresse. Du hältst jetzt deine Schnauze. Halt jetzt deine Fresse. Jonas, Jonas, pssch, pssch. Jetzt kommen wir mal runter, machen das Fenster auf. Frische Luft schnappen wir. Ja, kann mal jemand hier jetzt gucken, wenn ich schon runter bin, ob die jetzt schon... Mensch, deine Träume werden sterben. Machst du den Basti, sag doch an. Ich muss mit Wohli nicht heilen, Alter. Ja, du hast gar nichts gesagt, no team will worry. Habe ich. Halt's mal. Halt's mal. Du bist dumm oder was? Du bist halt so lustig. Such wirklich lustig. Hey. Okay, ciao. Alter. Ich hoffe, deine Träume gehen in Erfüllung, Jonas. Ich hoffe, meinen nicht. Ja, auch nicht, weil die sind krank. Glaube nicht. Oh, okay. Ist mehr die Waying killen? Okay. Go, go, go. Ähhahahahahahahaaa. Ohohohoißer. De! Scheiße! Oh Gott! Ist mir Caitlyn! Oh, okay, ciao. Oh nein. Die hat uns die gehauen. Das ist meine Fresse, die blöde Fresse. Ich hab mich weggeflasht mit der Ult. Was? Ich hab mich mit der Ult weggeflasht. Ich hab mich gleich weggeflasht. Willst du wegfleischen? Wegfleischen? Ja. Aber sowas von übel. Oh Scheiße. Hä? Achso. Den können wir eigentlich ficken. Ja. Dem relativ gut. Weißt du, wie wir noch ficken können, Basti? Deine Mom! Warum habt ihr dich erwartet? Alter, gönnt mal die Wayne weg, oder? Ist mir Caitlyn. Ist mir Wayne, ist mir Caitlyn. Versteh ich nicht irgendwie. Muss man so auf dem Gymnasium sein, das ist jetzt irgendwie... Oder muss man dazu in Silber sein, das versteh ich nicht. Ja. Verstehst du es ernsthaft nicht? Ich bin von gut aus blöd. Okay. Endlich weiß ich, was du dich schaffst. Ach, schaff ich nicht mehr. Ach. Eins. Ja, einen hast du gekriegt. Ja, ich wollte nur einen. Fick dich! Fick dich! Was macht ihr denn für eine Scheiße? Ich kann doch nicht, wenn ich hier nicht so gerne reinwischen die... Wobei... Ne, 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 so viele geh ich nicht rein. Ich kann doch östens der Ulti vorbeischicken. Oh mein Gott! Olni, du Socke! Erstmal eine 18 Minute Drink Hit gönnen. Erstmal Elektro-Titte! ELEKT! ELEKT! Holy crap! ELEKT! 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 Oh mein Gott! Natürlich hat er das. Nee, natürlich hat er das. Oh, oh, oh. Seine Mom kam so rein. Bist du behindert? Nee, ich bin nicht behindert. Nee, ich bin nicht behindert. Du sagst mal das Mäulchen, oder? Nee, halt ich jetzt nicht. Nur dass du hältst jetzt mal deine Schnauze, oder? Meine Mäulchen! Du hältst jetzt mal deine Schnauze, oder? Du hältst jetzt mal deine Schnauze! Du hältst jetzt deine Schnauze! Eh, SS! Aber warum kommst du mir mit? Wohin hab ich mal... Alles drauf. Leute hier ist, eh, Mario Mieter. Hab doch gesagt, SS! Mann, Alex! Ey, ja, okay, sowieso. Oh Gott! Nice SS! Halt die Fresse! Ich bin inbound! SSS, Alter! Alex, flash dich weg! Gott, rein, rein, komm! Voli-Op, Voli-Op! Bah! Ich will da reinrennen, Mann! Ich hätt Ulti gehauen, wenn's brenzlig gewesen wär. Ja, ich kann da jetzt rein, achte auf mich! Ulti die Woll-Socke! Die Woll-Socke? Ja. Chris, jetzt gleich! Chris, was? Geh mal weg! Tolle Ult, Jonas! Tolle Ult! Tolle Ult! Tolle Ult, Jonas! Ich bin von deinem Ult zu überprüfen! So viel Ult! So viel Ult! So viel Ult! So viel Ult! So many Fails! Okay. Ja, stimmt nicht. Ich heiß wirklich nicht Sebastian. Außer steht Bastian! Felix. Aus! Du têm engel... Du laberst doch alle Sachen! Ein kuranziger Huren-Socke! Hä was? Walz ich hab's ernst gemeint? Ich dachte, du heißt Sebastian. Eigentlich dachte ich, du heißt engel... heisst se... Sebastian, aber... kommst halt aus England, deswegen Sebastian! Eigentlich heißt der Engelhardt! ja ich heiße Engelhard du hast Engelhardt Dummkopf 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 wie war doch immer dieses andere Wort da für Campen Schimmeln? Obacht, ne 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 ich meinte Obacht 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 Ich hab den Dragon angehoben die nicht wirklich, ich stehe auf Frauen Sebastian die nicht wirklich dick sind wie Penisprothesen Mh 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 Oh die fang alle, alle Jonas Mutter ist nicht wirklich dick wie Penisprothesen Nö Nö So it should be Akkorde Akkorde Ja 27 Hallo Baron Obacht meine Freunde, Obacht Komm, wie treffet uns für eine T-Stunde Okay, ich nehm den Sebastian mit Nein, ich rede mit dem Baron Hallo Ich glaub der will dich ankotzen Tanzt du mit dem Baron Chris kommt zu mir Bin hier unten Ne, Chris hat zu tun Ja Hans Baron Baron Ich hab keine Dings am Start Der Baron hat sich bedient, oder? B-b-b-b-b-dient D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d K-d-d-d-d-dd-d-d-d-d-d-d-d-dich Ich hab keine pelvis Imaginett Ah,... Ah... Guck mal, den Fist ich Oh nein Der Baron hat mich im Visier Ah.. Baron M-D-g-und Mein s grad ist ja... Also... Oh das ende äh... Es ist ein blaues Waffechen Dass die mein wieber Support gepfistet Nö Kriege ich Blum, Felix? Bin oben Bitte Habt ihr Sturmfrei? Ne, meine Mutter ist Karate. Oh Alter, Wichser. Meine Mutter Karate. Meine Mutter ist Karate. Ich frage mich von Lieblings auf die Folge, deshalb habe ich vorhin auch gefragt, wie viele du auf Lager hast. Also ich habe immer einen auf Lager. Welche waren denn die mit Karate? Könnte ich auch noch in den Pro-Shit reinmachen eigentlich. Wo ist deine Mutter? Meine Mutter ist Karate. Da unten hast du so random Zeugs. Haust du auch diesen Auslaster von Chris rein mit dem Toilette? Äh, ne, das ist ja, ich habe es sei, es dauert noch ne Weile. Ja, aber er hat ja, schert ja die Folge auf dem PC. Ich habe da jetzt erstmal nur Loll rein. Achso, das ist nur Loll rein. Wenn jetzt nicht so wie CSGO so Themenwäßig alles möglich ist und dann halt nur Loll erst, halt. Oh, ich habe vergessen, dass ich noch kein Sohnjassab habe. Noch kein Sohnjassab, fuck. Behindert, hör mal auf die Wayne zu Feeden, oder? Halt mal deinen Maul, es ist noch weiter ein Def-Div. Du hast ein Def, verdammt. Warum haben wir alle so wenig Defs? Wollt ihr mich verarschen? Weil du einfach scheiße bist. Habe ich das gewusst, Alter? Dass du scheiße bist. Inbauen. Aua. Alec, fließ. Aua. Fuck. Vielen Dank, Felix, für deinen nützlichen Beitrag. Kein Dingus. Kein Dingus. Danke. Hey, dein Stück Scheiße. Hey, Hals-Waulus. Wow. Wieder rausgauen, Kerl. Der was, die ist nicht wirklich dick wie Penis-Boutique. Felix, du bist ein ranziger Hurensohn. Halt die Fresse, den Wichse. Das ist ein richtig dreckiges Miststück. Wichse. Das ist so richtig ins Face geschlagen. Du, Wichse. Du bist echt Miststück. Bist ein Wichse. Ich hole mir mal unser Blue. Ich auch. Kann ich den haben? Du, dass ich es Weid hab. Nö, das Wallen. Ich brauche den. Hätte ich einen Hetzt, würdest du ihn vielleicht bekommen. Verwürdig für dich. Halt doch die Fresse, du hast da rein. Hä, was? Schwan. Ich hab gar kein Zweit. Trollt. Ey, das war Wayne Killing. Hey, das war Wayne Killing. Hey, das war Wayne Killing. Wenigst du Hurensohn. Das war Wayne Killing. Hurensohn, bitte Secretariat. Wichser, bitte die Fresse halten. Warum? Wichse. Oh fuck, erstmal random ein W raushauen. Mach doch jetzt mal was. Du inkompetentes Stück Schotzenkuchen. Du Fickgesicht. Ah! Nee, du bist ein Stück Schotzenkuchen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Haut die Wayne rein, Alter. Über die Mauer. Über die Mauer. Alter, nein. Was soll der Fick? Alter. Oh, nie mal, nie aufs IGH. Alter, holy crap. Nein, Jonas. Warum hat der Mauerfall zum Damage mit den Items? Nein. Oh, das kann nix. Tötet mich. Kacken ab. Warum hast du Haut der Scheiß mit Mauerfall zum Damage? Weil ich verwall die Häuser. Weißt du gar nicht. Du weißt gar nicht verwallen. So. Ne. So. Hey, es ist elf Uhr, wo der Dennis ist. Es ist gar nicht. Es ist doch nicht mal zehn. Hey, Mann. Du Lappen, Alter. Was du Laberstrom ist. Es ist neun nach zehn. Lappen, Lappen, ey. Hey, wann wollte Dennis kommen? Das ist nicht bei mir. Warum kommt Dennis erst um elf? Warum? Ja, weil da Michi-Cousine-Ding anfängt. Warum? Der MCC. Achso, der MCC. Alter, war das schlimm. Ja, warum kommt der nicht davor? Keine Ahnung. Warum sollt ihr das? Gib sie jetzt besser ich dann für den MCC, Alter. Nein, 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 aber Michi-Cousine-Krassikus wieder im Start. Äh, also ich hab' was du denn da, du Scheißgesicht? Du mal guck mal viel, wenn ich da nicht rauskomme. Lass' mal dein Maul. Ich tu' mal dein Maul, mein Lass'li. Gute Unterstörung. Nein. Ganz im Teil. Guten Abend. Alex? Guten Morgen. Gute Lage. Oh, Peter Harf. PENTERHART Du hast die Hände uns gelegt Aber Obacht Danke für die Ult Dein Danke für das Schild Danke Ich wollte mich so schnell wie möglich wegporten Krasser Schild mal wieder Heute Die Folge endet mit einem krassen Schentileport Okay, ich gehörts einfach auf aufziehen Tschüss Leute, tschau Hahahaha Strike Hä, 4 Stück Strike Lass die kaputt machen Hallo Okay, fair aufgeteilt Royal Flush Royal Flush Ja, du hast gar nicht Achso, wir haben viel Alex, das jetzt aber echt lang für gebraucht Das nicht Alex, hast du Felix Block, folgst du Felix Block? E-Way kommt Mitte Was? Fäuchst du Felix Block? Was? Was meinst du mit Felix Block? Tumblr oder was? Neee Ich hab erst verstanden Ich hab erst verstanden, magst du Julians Block und ich so, ey what the Nein, Felix Block Tumblr, ja Was ist damit? Ja, hast du das nicht gesehen, was er hochgeladen hat? Will kein Augenerhitz Ne, das kriegst du nur auf der Seite von Konrad Ne, das sind nur lauter Bitches, die sich ritzen Und dann irgendwelche Sprüche Und dann irgendwelche Sprüche Ich hasse mein Leben, ich hasse mich Weiß nicht Felix, wenn du täglich aufgeritzte Unterarme siehst, ist das alles kein Problem Wo sind eigentlich alle Enemies? Der hat auch so ein Live-Bild, wo sich live einer so rittet Man sieht, wo sich wieder Klinge lang schneidet Und das wiederholt sich die ganze Zeit Du du bist so an sich Ha, 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 ha Ja, das ist die das Ja, waaaah Ich will ein Anime Crew MSS on, oder? Mann, was hat er gesagt? Was hat GIF so an sich? GIF Was ist das so zäufel, ist ein GIF? Weißt du was ein GIF ist? Nein, das ist so fick Das Minivideo, was ich immer wieder wiederhole Oh man, ich dacht schon Penta. Ich dacht schon ich krieg meinen Blue-Buff. Wie scheiß, drecksverkackte Huren, Wayne. Wayne! Mein Dingus. S-S-I-O. Alter, scheiß Wayne. S-S-I-O. Boah, ich vorspiele, das hat so viel Style, das ist echt heftig. Alter, so viel Style. Was? Hast du das gesehen? Krass, oder? Ja, das war gut. S-S-I-O. S-S-I-O. Der S-S-I-O will jetzt nicht Jonas töten. Arr, arr. Rudi-Dudi is unstoppable. Ich hab jetzt mein Sohn. Redig dein Blue. Rudi-Dudi is unstoppable. Nee, ich hab kein Mana. Rudi-Dudel. Na, 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 na. Ah, komm, 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 wir, wir machen den Flowlife. Was? Er hat mich den Flowlife. Okay. Nee, scheiße, ich hab den Passive. Verdammt! Mixer! Ich hab das zu Mixer. Nee, jetzt kommt wieder ein Strike. Oder noch schlimmer. Ein Yazi. Habe ich euch schon mal eigentlich über den allerersten Michi versteckt, den er hier gemacht hat. Und wo ich dann drei Jahre mich drüber lustig gemacht habe. Ich? Oder er wollte verdammt sagen, dann hat er verdammt gesagt. Was hat er gesagt? Ich hab geht, aber ich mach Dragon. Verdammt hat er verdammt gesagt? Nee, verdammt hat er verdaut gesagt. Verdaut? Ja, verdammt. Da hab ich die erste Partage schon immer lustig gemacht, so, das ganze dann auch so im Fall. Alter, da hab ich mich aber erschmeckt. Und dann hat er noch mal gesagt, statt verdammt hat er verdammt gesagt. Dann hab ich dann, dann hab ich dann die ganze Zeit gesagt, er kann Dimmer nicht bedienen. Du machst doch den Apfel immer falsch an und so. Ohohohohoho. Ohohohoho. Was ein Scherz, le. Alter, ich unterfiehe. Ich unterfiehe mit Aua, gell. Du Schopps' Cakes. Kann da nicht reinjumpen, bisschen. Hey, was? Michi regt sich auf, michi haut doch immer Rage-Gut rein. Oh, okay. Du, Pro. Noch die Zeit, wo Michi nicht gerage gestellt ist, oder wie. Verdaut. Ich hole bei uns. Weiter zu Chris. Oh Gott, ist der schnell. Ich habe 135 und es steht 24. Komm nicht hinterher. Ich glaube, ich schaue mir mal die Seite von Conrad an. No, lass dir deine Träume nicht aufgeben. Schon aufgegeben? Nein, du lass dir deine Träume nicht aufgeben, Chris. Chris. Ja. Hallo. So wie ich jetzt schon im Spiel, besser? Besser als Full-APS, alles. Ja, ist gut. Und klappt doch auch besser, oder? Joa, ich glaube, ich kaufe mir den sogar, der macht voll Spaß. Wie kostet denn der 3-U3, oder? Ja. Ich glaube, das ist 4-Achter sogar. Ich? Ne, 3-U1. Ich weiß nicht, hat doch jemand coole Champ-Empfehlungen? Ja. Luchs. 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 Irgut. 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 Fiddlesticks. Irgut. Zivoren. Irgut. Irgut. Fiedl. Enny. Jetzt war ich ganz ernst, dass irgendwelche Champs hier einen Spaß machen. Enny. Fizz. Nautilus. Nautilus. Das ist eigentlich echt nice. Mal wieder witzig doof. Hast du schon Nidalee? Oh Gott. Hast du schon Nidalee? Ah ja, stimmt. Du hast Herzkirr. Ich hab Nidalee nicht. Kauf dir Yorick. Yorick ist ariot. Stimmt, ich kann mir Nidalee kaufen. Die ist bestimmt echt lustig. Ja, aber da wird vieles ziemlich scheiße am Anfang. Ja, denk mal schon. Ja, vor allem der Bast. Ja, haha. Das hab ich nicht gesagt. Kommt ihr! Bist du komplett insolvent? Nein, ihr habt meine Ult ge- Ah, ich bin komplett insolvent! Ich bin komplett insolvent! Oh Gott, Alter. Oh Gott. Ha, ich muss doch nicht mal mein Hourglass einsetzen. Aber man, ich hatte sie noch. Warm. Ja, ja, was hier? Ja, mir, du bist so weit. Tschüss. In my pants. Double later, top later. Ja. Voll Jonas. Hab ich mir wohl fünf Farmen von sechs gegeben. Wow. Du Hardcore. Was? Was hab ich wohl geschrieben? Hab ich nur vier Sterne hingeschrieben? Wer weiß. Hey, nix gut. Hast du schon mein Zitat gesehen von Pascal? Ja, ich bin mir mehr als hier, glaube ich. Alex, du hast schon mein Zitat gesehen von Pascal? Ich weiß. Nee. Wo doch überhaupt. Auf dem Block. Geh dich auf deinen verkackten Block. Der ist so krass. Der ist nicht das. Ich hoffe, der verbrennt. Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Das war schwer. Na ja, das war scheiße. Ich hoffe, der Block verrenkt. Ich hoffe, der Block verrenkt. Ich hoffe, der Block verrenkt. Hör, der weiß drauf, hat eh nur 40 Sekunden cooldown. Der hat auf die Ghost geultet und sie noch nicht mal getroffen. Ja, ich wollte eigentlich drücken. Ich hab eher gedrückt. Traurig. Au, nein. Der weiß drauf, der ult hat eh nur 40 Sekunden cooldown. Mach mal geobacht. Bitches, bitches. Toll, Basti. Danke, Basti, danke. Hat ja nur 70 Sekunden cooldown. Is that a challenge? YOLO. Vielleicht hat er auch nur 200, äh, 300, wow. Ja, pisst euch. Das ist Yoni. Jonas, ich schau dir ein bisschen zu. Na mal, willst du mir nicht helfen? Nee, eigentlich nicht. Hallo. Tschüss. Du Arschgesicht. Nee, da kann ich nichts machen, was soll ich da machen. Ich hab meine Ulti schon benutzt, um Alex zu retten. Basti. Ziehen wir in unseren Blogs über Alex her, weil der das nicht liest. Da hinten. Ja, lass das machen. Ich, 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 ich block da hinten. Ich geh mal mit Schiffe, bis gleich. Ich geh mal mit Schiffe, bis gleich. Nee, Jonas, mir hat irgendeine Tatte holt und schon rausgehauen. Oh Gott, nein. Ich hab meine Hand. Das Lande kommt. Wenn, wenn jemand irgendwie, kriegst du die Rain geflasht. Ich verpiss mich mal und geh dann rein. Dann nimmst du diesen komischen Flash, der auf deinem Hand liegt. Da. Warte, ich komm... Alter, Bro Shit. Wo macht man das? only for the full bobs hey da war doch gerade ein Wort drin, du hättest man ihn teilweise nicht gesehen da ist hier ein Wort drin, was dir, der ist draußen oh nein jetzt ist mein Ult wieder da hallo also die Creeps hier, die brauchen schon ne Ult jo, ich bin nicht wieder da hast du wieder eine rauchen, Chris? war gerade auf dem Klo, der Pisser hast du auf dem Klo eine rauchen? ist dir eingefallen, dass dein Pferd sehr wieder an ist? der Chris raucht nachts in der Dusche in der Dusche nachts bei sechs der tut den Rauch dann auch immer in den Abschluss wie das aussieht hä, was? verpiss dich mal, es ist meine Da- alter, Husegohn ich hab das Bedürfnis, wenn da so ne scheiß Lux ist, die sich Rudern zollt alter, es hat nie wieder was gegen 80 Camino was ist fast wie? der hat sich, wie das aussieht, wenn er auch nicht richtig macht du sei der homosexuelle Schwuchtel ey gibt's auch Schwuchtel, die nicht homosex warte, ich schau auf den Red drauf strengen sein Deluxe üpp 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 ü ü ü echt o Ghost h h H Wixer, wisst ihr das ich ist halt homosexuelle hau hau Krass du aus deinem US-Fizual, alter werd das Hauptsatz lass mal gleich machen was war einfach ausgübschwule ich brauch ein KD oder? Alter Basti, du Kack-Nub! Mach Auergläser! Oh Basti, du bist leeg! Komm mal Basti, hast du eh? Du outplayed, Alter! Du weißt gar nicht, wie ich heute Mittag ausgeplaytet habe! Den gönnt ihr euch auch noch! Basti, geh mal weg! Basti, da war ich dabei, aber ich hab's nicht gesehen! Ich hab mich nur gewundert, warum's okay rumschreißen! Oh, oh, wenn der wegkommt! Oh, oh, wenn der wegkommt! Oh, oh, wenn der wegkommt! Höh! Höh! Mach mal wieder das, was am Anfang gemacht hast! Jetzt wird's nur angezeigt, wieviel Ability Power! 116 bringt das! Nice! Ich hab im Late Game auch 15 Ability Power! Weil ich jetzt irgendwie voll von Anfang an gemacht hast! Ja, dein Bruder, letzter von deinem Bruder! Jonas! Wie? Mach mal das, was am Anfang immer gemacht hast! Komische Geräusche! Was hast du mal für ein Zitat von Jonas auf deinem Blog? Du bist mal ein Sack, Matthias Bruder! Also dieproof hier, die sehen schon so aus, als ob's deine Ulster trafen waren! Warpopesel z Anthem, du bist da so lustig! Nein, doch, nein doch! Das ist mein Sack! Nene, nein! Doch das ist wirklich so! So, Lutschweinzack. Was war da eigentlich? Was haben wir da eigentlich? Ich hab irgendwas für Tanzparty klar und so. Du kannst gar nicht tanzen. Ich so, natürlich kann ich tanzen. Du kannst überhaupt nicht tanzen. Ich hab dann aber getanzt. Lutschweinzack. Ja, kannst halt echt mal machen, oder? Oh, was? Achso. Es ist nicht outplaytig. Boah, toll. Fokus, oder? Ist so, ist so outplayt dieses Mal irgendwie? Was ist so outplayt da? Wie will outplayt? Keiner von uns sagt. Damit. Mittag. Fucking outplayt. Uuu, hier tut mir alles so weh. Au, Nasus, bitte hau nicht so ein. Unfassbarer Entlämme. Du bist fast tot, Alex. Die Betonung liegt auf fast wenig. Ne, die liegt auf Alex. Und tot. Seid Trofeos. Oh nein, Nami. Bitte hau nicht so ein. Unfassbarer Damage. Oh nein. Ich hau jetzt das coolste Sony aus EU-West. Lasst es mal net finischen. Finischen, Leute. Finischen. Nein. Ich wollte, dass du nicht spawnen wie er ist. Bitches. Oh, 50 Gold kassiert. Oh man. Everybody wants to loot. Jetzt zu... Fidl. Auf Wiedersehen. Ne Fidl. Ne Fidl.